Hallo Erik! Wie geht's dir? Geht so. Was haben wir denn vor? Was wir vorhaben? Das ist ein Flugzeig-Spreng. Das ist 4.000 Meter aus dem Ding. Hast du das gut überlegt? Ja, das ist gut. Wir schauen, wie es läuft. Ich wünsche viel Spaß. Das ist ein Flugzeig-Spreng. Ich wünsche viel Spaß. Das ist ein Flugzeig-Spreng. Ich wünsche viel Spaß!! Ich wünsche viel Spaß. Das ist voll mit der Strache! Das ist das Flugzeig-Spreng. Ich wünsche viel Spaß. Ich wünsche viel Spaß beim Helden. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Erich, hat es geschafft. Mit Wunsch. Ivan, hat es zugefallen? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau.